moin moin neut und hetrycom hier wieder zurück ins higher lower game heute haben wir einen super vergleich dnp paris versus bisexuell ich will mal sagen bisexuell ist lower keine ahnung was das andere brasilien ist höher easy ist niedriger ist höher tada easy ist auch höher ist niedriger was der typ hat vier fucking million aufrufe im monat what the fuck aber egal noch eine runde das iphone 7 wie das piano iphone 7 ist natürlich höher ganz easy obwohl das gar nicht das iphone 7 ist aber iodo die tower bridge ist niedriger also landen und so ist die linie ist niedriger hier gut am start ist höher keine ahnung kennst du komm sieben punkte sieben punkte müssen mal geld indiana jones indiana jones ist höher warum sage ich geld kapitalismus homer simpsons ist auch höher was 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 okay eine runde geht noch eine runde geht noch eine runde geht noch ja allerdings anzamperin ex府 mit camera kam als niedriger was час Marie Curry bars mcdonald's mcdonald's an apps d same èse die psse ist niedriger sehr sehr gut schon zwei punkte ist niedriger vb golf ist natürlich höher ist niedriger ist höher der kognitive ist höher alter weiter weiter und der undertaker ist natürlich höher was aber wir haben sieben punkte leute das ist das einzige was zählt ich hoffe es hat euch gefallen bis den haut rein